Wie sagt man immer so schön? Das bleibt in der Familie. Und so ist es auch bei vielen Models, die ihre super-schön-und-super-sexy-Gene an ihren Nachwuchs weitergegeben haben. So ist es auch bei Kaya Gerber und ihrem Bruder Presley, die längst gefragte Models sind. Die im Jahr 2001 geborene Tochter des Supermodels Cindy Crawford arbeitete schon für Prada, Chanel oder auch Calvin Klein. Auch ihre Mutter überflügelte sie schon, und zwar auf Instagram, wo sie deutlich mehr Abonnenten hat als die weltbekannte Cindy. Ähnliches gilt auch für Cara Delevingne und ihre Schwester Poppy. Erstere ist längst zum gefragten Filmstar geworden, nachdem sie die Laufstege dieser Welt eroberte und sogar für Victorias Secret modelte. Ihre ältere Schwester Poppy Delevingne ist allerdings auch kein unbeschriebenes Blatt in der Fashion-Welt. Karl Lagerfeld machte sie sogar zur Chanel-Botschafterin, und auch für Louis Vuitton war sie bereits Gesicht einer Kollektion. Kreativität und gutes Aussehen gab es auch von Rockstar Mick Jagger und Model Jerry Hall für ihre Kinder. Besonders hervorzuheben sind dabei ihre Töchter Elizabeth, die übrigens schon mit 14 Jahren anfing zu modeln und Marken wie Burberry zu ihren Kunden zählen durfte, sowie Georgia May, die für Chanel oder auch Versace modelte. Zudem wurde sie 2009 bei den Fashion Awards zum Model des Jahres ausgezeichnet und designt sogar selbst. Weiter geht es mit der Baldwin-Familie, die auch einige erfolgreiche Models hervorgebracht hat. Schauspieler Alec Baldwin zeugte mit Kim Basinger Tochter Ireland. Sie kam im Jahr 1995 zur Welt und ist heute ebenfalls ein erfolgreiches Model. Man sah sie auf Covern von Magazinen wie Vanity Fair oder auch Elle. Zudem ließ sie sich für die Tierschutzorganisation PETA sogar nackt ablichten. Nicht minder erfolgreich ist ihre Cousine Hailey, die inzwischen den Nachnamen Bieber trägt. Die Tochter von Stephen Baldwin ist mit Justin Bieber verheiratet und modelte schon für die US-Ausgabe der Vogue, das Glamour-Magazin und auch die Marke Tommy Hilfiger. Im Reality-TV-Familienclan Kardashian-Jenner dürfen sich dagegen eigentlich alle als Model bezeichnen. Angefangen hat alles mehr oder weniger mit Kim. Inzwischen sind alle Familienmitglieder erfolgreich und millionenschwer. Im Modelgeschäft eine absolute Größe ist allerdings nur Kendall Jenner. Egal ob Victorias Secret, Chanel oder auch in einem Magazin wie der Teen Vogue, die im Jahr 1995 geborene Kendall ist verdammt beliebt und extrem gefragt. Kein Wunder, dass das Model 2018 zu den bestbezahlten Mannequins der Welt gehörte. Es gibt wohl keine Frau, die den Schauspieler Johnny Depp im Laufe seiner langen Karriere nicht angeschmachtet hat. Zusammen mit dem schönen französischen Model Vanessa Paradis hat er unter anderem Tochter Lily Rose. Und die ist, wie es die Gene vorherbestimmten, genauso schön wie ihre Eltern. Das haben nicht nur Filmemacher entdeckt, sondern auch die Modewelt. Neben diversen Magazin-Covern modelte die schöne 1999 geborene Lily Rose bereits für Chanel und wurde 2015 sogar zur Botschafterin der Marke ernannt. Tja, diese Damen sind ganz klar das perfekte Beispiel für den beliebten Spruch, der Apfel gefällt nicht weit vom Stamm.